ich hole die youtuber jetzt auch mit hinzu für unser video tagebuch einen wunderschönen guten morgen es ist 8 und 29 mein name ist kardus martin sie hören uns live aus dem traders lab trainingraum wir halten uns auf unserem morgendlichen dax trade vor und wir haben hier macht das noch mal zu die 15.700 marke da werden wir jetzt die falle platzieren wir gehen richtung 15 707 entweder long oder bei 15 692 short zielmarke sehen wir einmal hier haben wir den daily pivo und dann kennen wir nehmen wir die zone 50 mit hinzu ist denn kurz hier in dem bereich also das sind die zielmarken oben hin der die pivo unten haben wir die 57 heute das ist die unterstützung unter den der die pivo gaps sind heute nicht dort ja und das 38er retracement werden hier bei einer big number das so der mini fahrplan ab den zweiten trade gehen wir auf angepasst 8 uhr 30 sowie sind ausgeführt erste trade long wir haben hier das abweichende ziel 0,05 das hat tradition so will er nicht also 0,05 break-even kann ich natürlich hier nicht an machen ich bin heute noch nicht auf der höhe also wir sind long im ersten trade so wir stehen kurz vor dem gewinn ziel ersten trade pick number drei minuten noch bis zur markteröffnung so 8 uhr 58 noch eine minute sehen hier ein punkt fehlt noch das ist wir sind dich also haben wir sind wir sind in so 321 und los geht's so wo kommen die vola boxen also einmal unten und einmal da oben und wir sind raus aus dem trade das war der eröffnungs trade morgen bin ich nicht da bin ich auf dem weg schon richtung messe nach wien ja dann sie hören wir uns wieder am montag und bis dahin natürlich gute trades wir machen weiter hier im live trading raum und dann bis montag